Wie fährt man auf die Autobahn drauf? Easy peasy erklärt. Hier wo es so schlänglich ist, wo man auf die Autobahn drauf fährt, schon mal in den dritten Gang schalten und maximal 50-55 kmh fahren. Jetzt schon mal den Verkehr beobachten, ist viel auf der Autobahn los, ist wenig auf der Autobahn los, das kann man hier ganz gut erkennen. Sobald man hier bei der Kurve weg ist, links blinken. Und sobald es gerade ist, einmal Vollgas geben im dritten Gang. Komplett durchtreten das Gaspedal. Seitenspiegel beobachten und Schulterblick und rüber. Und Abstand nach vorne einhalten. Genau, Blinker wieder weg und direkt in den fünften Gang schalten.